Na hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschela und ich freue mich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Geld präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, das wir hier im Schlund abschließen können. Und zwar finden wir den Einwand unter Erkunden und dann Shadowlands. Der Erfolg schimpft sich in Schlüsselung der Intention des Todes und für dieses Achievement müssen wir folgendes machen. Sammelt im Schlund alle Gegenstände zu den Mythen des Schlundes ein. Und dazu müssen wir insgesamt 22 Items uns besorgen. Und das sind Items aus verschiedenen Quellen, wenn dann sie droppen von irgendwelchen Mobs oder man muss Sachen auf dem Boden einsammeln, eine Truhe öffnen. Also da gibt es ganz verschiedene Quellen. Das Gute ist, die allermeisten von den Items kriegen wir durch ein und dieselbe Quelle und die werdet ihr wahrscheinlich auch schon so einfach nebenbei bekommen haben, wenn ihr denn hier im Schlund unterwegs seid. Ich kann euch das mal zeigen. Und zwar habe ich hier schon ein paar Dropchancen auf WoW-Head nebenbei einmal rausgesucht. Und ihr seht, da sind schon mal einige Mobs und die haben alle selbige Dropquelle. Und wenn wir hier jetzt einfach mal so ein bisschen drüber gucken, seht ihr, dass die meisten Dropquellen hier die Assassinen sind und runter geht es dann mit den Prozenten relativ weit in den Keller. Hier haben wir auch wieder Assassinen sind ganz oben und es geht dann hier wieder in den Keller runter. Meiner Meinung nach droppen die allermeisten Items und zwar insgesamt zwölf Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ah, eins ist ein bisschen anders. Elf Items, also genau die Hälfte von den 22. Elf Items bei diesen Assassinen. Was sind diese Assassinen für Mobs? Wo kriegen wir die her? Wenn ihr euer Auge des Kerkermeisters hier auf eins, zwei, drei hochbekommt, habt ihr die Möglichkeit oder eigentlich ist es halt negativ, dass hier ein D-Buff erscheinen kann. Und das nächste Mal, wenn ihr in den Kampf kommt, dass euch eine Assassine jagt. Es gibt vier verschiedene Assassinen, die sehen einfach anders aus, haben unterschiedliche IDs, droppen aber die Items alle gleich gut. Wenn ihr dann quasi in den Kampf kommt, spawnt die Assassine, greift ihr an, ihr könnt die umboxen und dann habt ihr eine Chance auf eins von diesen Items. Ihr könnt auch die Assassinen von anderen Leuten angreifen. Ihr seht hier, der hat zum Beispiel gerade diesen Assassinen-Buff drauf, ne. Hier wird gejagt und dann spawnen die und ihr könnt die auch mit umhauen. Ich habe einen Weg rausgefunden, wie man die Assassinen effizient farmen kann, weil wenn man rumläuft, wenn man sie nicht brauen kann, dann spawnen sie gefühlt immer, wenn man sie aktiv farmen will, dauert es irgendwie teilweise zehn Minuten zwischendrin bis die nächste Spawn. Man kann es aber so machen, dass man das Auge auf drei hochhaut. Dann eine Assassine, wenn sie spawnt, umhaut und als nächstes geht man einfach hier das Portal nach Oribos. Dann läuft man in Oribos quasi die Strecke hier zum Port nach oben, geht nach oben rein, springt wieder runter, traut etwa 30 Sekunden. Geht hier her und wenn man hier landet, kriegt man automatisch, wenn man drei Debuffs hat, wieder den Gejagd-Buff, den die jetzt auch hier wieder drauf haben. Greift hier den ersten Mob an, der hier neben dem Port steht. Die Assassine kommt, haut die um und macht selbiges wieder. Das kann man endlos weitermachen, dauert immer ein paar Sekunden und man kann sehr schnell hintereinander Assassinen spawnen, falls euch noch eins von diesen Items fehlen, die die Assassinen droppen. Welches sind diese Items, die die Assassinen droppen? Und zwar sind es die ersten elf Stück hier in der Liste. Wir können einmal gucken und zwar Constellar, Schriftstück ist das, verächtliches Kryptogramm, Patrouillenkarte der Schlundgebundenen, Kaltherzflugrute, chaotische Runen, rätselhaftes Kryptogramm, abgegriffene Obleronradierung, dann Blaubaupläne der Seelenschmiede, schattengebundenes Zeugnis, Venture Concordat und verworfene Qualen. Also das sind die ersten elf Items, die quasi alle über die Assassinen droppen können. Wenn euch da noch eins von denen fehlt, einfach die Assassinen farmen. Wenn dann seid ihr eh im Schlund immer mal wieder unterwegs und boxt die um oder ihr benutzt meine Farmmethode, die ich am Ende benutzt habe, ich habe einige hunderte Assassinen umgehauen, um die letzten Items zu kriegen. Also am Ende wird es dann, wenn euch da noch eins fehlt, immer ein bisschen ätzend, würde ich mal behaupten. Dann kommen wir zum nächsten Item und zwar zur Schachtel der Qualen. Das ist dann das zwölfte Item und das bekommen wir jetzt nicht mehr durch die Assassinen, sondern durch eine Kiste und für die Kiste müssen wir jetzt einmal hier zu einem Höhleneingang und zwar ist der Höhleneingang bei den Koordinaten 27, 20, also hier vorne, wo ich mich jetzt gerade befinde, 27, 20, hier unten und da geht er einfach, also ihr seht, hier ist die Treppe und das geht hier hinten runter wieder den Weg hoch und hier ist diese, ja, kleine Höhle oder, ja, in dieses Gebäude halt rein und da müssen wir hier einmal nach unten und dann ganz runterlaufen und hinter dem Boss hier, also hier haben wir so einen Boss und hinter dem Boss ist eine Kiste, die klickt ihr auf und wenn ihr quasi die Kiste aufmacht, da seht ihr es, das ist diese Kiste hier, die kann ich leider nicht nochmal öffnen, weil das nur einmal geht und dann kriegt man eine Box of Torment und in dieser Box ist dann das Item drin, das wir haben wollen, ne, also in der Box ist dann quasi die Schachtel der Qual, mehr ist es tatsächlich nicht. Dann schauen wir uns das nächste Item an und zwar Wort des Wächters und dieses Wort des Wächters befindet sich einmal hier im Schlund, hier unten auf den Koordinaten 18, 33, heißt, da müssen wir hier so ein bisschen hinten reinlaufen, dieses Gebilde und dann bei diesen Vasen liegt das quasi, also wir gehen jetzt mal hier nochmal ein kurzes Stück raus, ihr seht, hier geht der Weg lang, dann laufen wir hier hinten rein, da sind ein paar Vasen und hier am Boden können wir so ein Fetzen anklicken, wenn ihr das schon gemacht habt, geht es tatsächlich nicht mehr, oder kann ich es doch nochmal anklicken? Ah, doch, ich kann es sogar nochmal anklicken, aber es bringt mir wahrscheinlich nichts. Doch, ich habe sogar nochmal das Wort des Wächters hier einmal ins Inventar gekriegt, aber die Quest kann ich nicht nochmal starten, also wenn ihr das schon mal gemacht habt, die Quest geht nur einmal, heißt, das kann ich jetzt an der Stelle wegschmeißen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns gleich die nächsten Items an und zwar gibt es jetzt drei Items, die relativ ähnlich heißen. Die heißen hier Koraz, Grimori und dann gibt es dann einmal davon Gaidrek, Bellydir und alle Cat, also die Namen sind furchtbar, ich habe auch alle wahrscheinlich falsch ausgesprochen und diese drei Items gibt es tatsächlich von drei Rares und alle drei Rares droppen aber alle drei Dinger. Und zwar haben wir einmal hier oben einen Mob, der nennt sich Duff Razzara und der kann alle drei droppen, ihr seht, mein Addon zeigt mir das hier auch an, dass ich die alle drei schon habe. Das ist, glaube ich, Handy Note Shadowlands, das das anzeigt. Dann den zweiten Mob, den wir haben, der ist hier unten, Terris und der letzte von den Mobs ist hier Exos, Herold der Herrschaft. Die beiden Mobs hier oben in der Verdammnisfestung sind Elite Rare Mobs, die sehr viel Leben haben und relativ stark sind. Er hier ist einfach ein normaler Named Mob, den ihr ziemlich easy alleine umhauen könnt. Heißt, wenn ihr die Teile farmen wollt, haut jeden Tag ihn hier um. Ihr könnt zwar zusätzlich die beiden noch machen, aber... Also ich sage mal so, ich habe die schon mal alleine umgehauen als Bär mit gutem Gier. Es dauert ewig und wenn ihr die Idee seid, bin ich mir relativ sicher, dass ihr da vielleicht Verstärkung braucht und ein paar mehr Leute. Deswegen konzentriert euch auf den, da tut ihr euch deutlich leichter. Was dann noch zusätzlich gesagt sein soll, die Mobs haben alle eine 5%ige Chance, die Items zu droppen. Sprich, ihr müsst die doch einige Male umhauen, dass ihr die Items zusammen habt. Dann würde ich sagen, gucken wir zum nächsten Teil weiter. Und zwar haben wir dann einmal die Notiz des Peinigers. Und diese Notiz des Peinigers kriegt ihr durch einen Mob, den ihr looten müsst vom Boden. Und zwar schimpft sich das Subjekt, Sorum 638. Und das liegt da, wo ich mich jetzt gerade befinde, auf den Kolonaten 35, 45. Und das liegt einfach hier am Boden. Also ihr seht, da hinten ist diese Treppe und da ist der Named Mob. Und hier muss die liegen. Anscheinend, wenn man das schon gemacht hat, dann ist das Ding nicht mehr da. Also da müsst ihr ein bisschen schauen. Dann haben wir als nächstes hier die Schemenhundpanzerung. Und die Schemenhundpanzerung, die kriegt ihr von einem Event. Und zwar ist das das Schemenhund-Event. Und es ist so, dass hier unten im Bestienlabyrinth immer ein Event ab ist. Das läuft eine halbe Woche. Also das fängt am Mittwoch an und switcht dann, glaube ich, irgendwie am Samstagabend. Und ihr habt quasi von Mittwoch bis Samstagabend ein Event. Dann von Samstagabend bis dann Mittwoch Reset das nächste. Und dann geht es in der nächsten Woche wieder so weit. Es gibt insgesamt vier Events. Und die sind halt dann immer dreieinhalb Tage quasi ab. Und ihr braucht das Schemenhund-Event. Und beim Schemenhund-Event ist dann am Ende ein Rare. Also ihr müsst dann erst, glaube ich, sechs so kleine Eventsachen machen. Das könnt ihr mit allen Spielern zusammen machen. Und dann am Ende müsst ihr so einen Boss umklopfen. Und der Boss droppt unter anderem auch einen Mount. Da habe ich das auch nochmal gezeigt in meinem Mount-Guide zu dem Vieh. Und da kann das Ding droppen. Die Schemenhund-Panzerung zu einer Drop-Chance von 21%. Also ist okay, würde ich mal sagen. Ist jetzt nicht super duper krass. Aber ist okay. Ist etwa auf den Koordinaten 53, 78. Der Schemenhund ist am Ende dann in der Höhle drin. Also ihr müsst ihm dann so ein bisschen nachlaufen. Ist so ein kleines, so eine kleine Jagd quasi. Genau. Dann schauen wir uns gleich mal das nächste Item an. Und zwar haben wir die Schemenhund-Panzerung jetzt. Und danach haben wir die unentzifferbare Karte. Das ist das nächste. Und diese unentzifferbare Karte, die droppt von einigen Mobs. Unter anderem schlundgebundener Wächter. Die sind hier überall. Ich kann euch das einmal kurz zeigen. Also wir haben hier einmal den schlundgebundenen Wächter. So sieht er aus. Die befinden sich hier überall. Das hat die beste Drop-Chance. Und dann gibt es da noch einige andere Mobs. Also der schlundgebundene Wächter hat etwa eine einprozentige Drop-Chance. Und dann gibt es halt hier noch ein paar Mobs. Da geht es dann runter auf 0,7, 0,5. Also das droppt tatsächlich bei vielen. Hier haben wir zum Beispiel einen Mob, einen Rare, der hier oben sich befindet. Beziehungsweise Beschützer der Flamme, die hier um die Schmiede rumlaufen. Die haben dann auch nochmal eine 0,5-prozentige Drop-Chance, wenn ihr Non-Elite-Mobs umhauen wollt. Weil ich vermute, dass diese Viecher hier schlundgebundenen Wächter tatsächlich alle Elite sind. Hier ist ja Verdammlungsfestung, ist eine Elite-Area. Und da wird es dann tatsächlich ein bisschen schwieriger, da das ganze Zeug zu holen. So, so viel dazu. Dann haben wir das nächste Teil. Schlundgebundene Fesseln sind das. Und die schlundgebundenen Fesseln, die kriegt ihr von zwei Mobs. Und zwar sind das schlundgebundene Fessler. Und schlund, ja, die heißen beide schlundgebundene Fessler, sind aber in unterschiedlichen Area. Die einen schlundgebundenen Fessler laufen hier rum, haben eine 1,5-prozentige Drop-Chance. Und die anderen schlundgebundenen Fessler laufen hier oben rum, haben auch eine 1,5-prozentige Drop-Chance. Dann haben wir wehklagende Münze als nächstes. Die wehklagende Münze droppt von einem Rare zu insgesamt 5%. Und zwar befindet sich der hier unten. Odalrik heißt der. Und, ne, der hat 12-prozentige Drop-Chance, dass ich nichts Falsches sage. Da droppt er die Münze. Und dann müssten wir noch ein Item haben, Befehl des schlundgebundenen. Und, ähm, den haben wir auch wieder von einem Mob zu 22%. Und das ist hier einmal der Rare, der sich unten befindet. Klerixia, schimpft sich die. Insgesamt, wie gesagt, 22% Drop-Chance. Und damit müssten wir jetzt alle Items einmal abgedeckt haben. Ich weiß, Sinn ist viel zu tun. Das Allermeiste, wie gesagt, kriegt ihr aber von den Assassinen. Ein paar Rare-Drops sind dabei. Und ein paar Sachen, wie ich euch gezeigt habe, könnt ihr euch einfach von den, ähm, Sachen auf dem Boden einsammeln. Gut, damit wären wir am Ende mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dann, äh, ciao.